moin freunde und willkommen zurück zu borderlands 3 mit bolias hallöchen ja wollen sie zusammen hasse diese verdammten jumper junge und hinter dir ist echt fettes graffiti ratte mal welches davon ich gemalt habe das rechte gesicht hier ja meine künstlerische ader ist einfach zu verkennen geil wir haben mit tiny tinas bombe haben wir ordentlich stimmung verbreitet und können jetzt hier durch dieses bodenloch was mit schweizer käseplatten verdichtet steinfresser es geht jetzt schon los alter alter junge wir machen erstmal ganz auf entspannt ja hier ist gegner was macht er dafür eine gift folge junger sommer klarkommen roms immun online die wache ist die wache mehrere wachen geschworen dann mit flammen ach ich mache einfach mal mit ein bisschen mit meinem roboter hier ja auf jeden zimmer weg die sau jetzt ist ja immun gegen alles oder was ja was macht der wächst er hat er sich irgendwas draufgepackt ohne rüstung bin sehr verwirrt von dem was ich sehe noch mehr von dem was ich nicht sehe junge irgendwie wächst er noch mehr alter was da abgeht schön jetzt hier junge das knallt aber oben da das ganze magazin rein verlobt er ist auch dauernd er kann nichts junge er kann gar nichts was was so wir sind noch gegner wir lassen sich gleich runter haben log erst erst mal jetzt das macht einfach kein spaß das ist mit dem wo wir würden die jetzt nach dem bosskampf auch noch da bleiben junge das wäre doch toll oder willst du hast den boss down und verkackst doch weil die scheiß ätzigt oder so gerade bei zotti diese komische gedankenviecher alter reulich aber erst mal müssen wir hier sammeln ja erst mal so schlimm geht es ja nicht hängt ja nicht an dem fleischerhaken der kann ja auch ein bisschen abhängen hier ein schöner käfig hör mal was haben wir hier denn oh ja habe ich einen nicen mod für dich den schmeiße gleich mal wieder hin worte mal fallen lassen ja den drei stück ja den nehme ich ja hier ist das legendary mäßiges auch noch junge ich habe nur misst du soll jetzt muss ich mal gucken hier ganz traurig eine knarre ist grau und dunkel sei doch mal ruhig da mann was ist das aber auch schöner käfig oder ich muss mal gucken und du musst mal gucken wie es mir geht ja die hat hier wieder nicht so tolle sachen guck mal die flasche wie spiel das ist und hat hier wieder für komische sachen so muss man nicht ja so auf den sack da oben steht ja auch welche und jubeln ihr wachmann war jetzt aber nicht so der knaller knaller lalala so ich finde es aber auch sehr nett sogar in den boss kampf räumen munikisten und so liegen das ist sehr sympathisch ich weiß doch bei hier bei borderlands 1 wo du wo du beim boss einfach keine munition mehr hatte ich meine das war moderlands classic beste aller ja so sehr gut das ist nicht raus aus borgen ich habe ihn angesprochen aber er will nicht alles in allem geht es mir gar nicht so schlecht ich bin froh dass wainwright dich geschickt hat was meine inhaftierung betrifft leider muss ich berichten dass diejenige die mich für die jacobs corporation an diese elenden kalypso-zwillinge verkauft hat diese faulige kreatur war meine eigene schwester warum sie mich an den kult verkauft hat sie hasst mich eben das war schon immer so es gibt kein stärkeres band als die familie und wenn das gebrochen wird familie ich brauche nur iron bär jetzt da meine sicherheit sicher ist hat wainwright bestimmt pläne in aktion gesetzt seinen familien nachlass zurück zu erlangen in der tat klar level 25 geil wir können skillen wir sind die geilsten mehr schaden aber 30 prozent bonus schaden wenn ich das war jetzt richtig hier so was habe ich denn jetzt nicht immer noch nicht hier unten was machen meinst du an deinem pipi spielen kann ich erst nach der aufnahme machen so sieht das würde ich so nicht sagen aber gut kill skill das töten eines gegners verringert news verbleibende action skill uplink zeit töten eines gegners verringert mus muses muses keine ahnung muses pelham oder fancy ich habe keine ahnung was ich es gelten soll ich nehme mal da wo ich schon mal ein bisschen was reingeballert habe in der tat guck dich an alle mit deinen aussagen was ist das für ein skill ich kann jetzt gleichzeitig springen und schießen das ist ja verrückt das kann ich doch auch so oder nicht nein brauchst du den skill dafür nehme ich auch was anderes doch oben ist doch geil stell dir vor du machst bei einem gewinnspiel mit und gewinnst eine packung haloren kugeln oder crazy oder es ist überragend so ich habe jetzt was anderes genommen okay als ob ich hier springen will ja ich will aber verloren jetzt wir wollen zurück können wir reisen ich weiß nicht also wir haben hier auf jeden fall einen punkt vorne da vorne ist doch irgendwas oder können wir scheißen vor allem nehmen wir ihn auch nicht mit ich dachte er ist schon weg er steht einfach noch er braucht halt seine ruhe ja hier im käfig bin ich noch mensch hier kann ich sein denkt dass ich ohne dicke kiste jetzt und das was ich hab was lilanes junge ich will auch mal schön luke ich will sie haben ich glaube nicht ich bin auch ganz zufrieden mit meinen waffen aber ich will den den moment des nice und lutz hier ist noch aus ich glaube das war's ich dachte immer ich würde von einer sabbernden bestie zerfetzt oder von glühender lava in einer unterirdischen gruppe überrollt oder auf der kryptiden jagd in der tundra erfrieren vielleicht von einem empfindsamen schwarm psychotische insekten lebendig aufgefressen verpasste gelegenheiten doch jetzt gleich in dieser bestialischen enge dahin sicher dürstet mich nicht nach todbringenden abenteuern sondern nach einem letzten friedlichen moment mit dir ich liebe dich wainwright so cute man diese schnurzen ja und wir können reisen reise 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 haben wir das ausgewählt wir hätten jetzt noch die möglichkeit die nebenmissionen zu ende zu bringen ja die können wir danach aber auch noch okay oder gut ist erstmals alle rum knutschen hoffe ich zumindest wieso wird mir das nicht angezeigt moment so in sechs dann eben ja 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 wo muss ich denn jetzt hin man weiß ich doch nicht du bist hier der ortsboy landekapsule knotiger gipfel knotiger gipfel wieso wird mir das nicht angezeigt geht es waren auch die gipfel auf dem berg sind wir hochgeklettert dann kam der t-rex ja noch verlängerung schnur wm t-rex gucke mich nicht immer so an mit deinem leuchteheben da die sunn hals sonnen sonnenhals okay stargate ich hab das noch nicht jetzt ich bin ich wieder da mir wurde mitgeteilt dass du meinen bruder gerettet hast wie enttäuschend es ist eine familienangelegenheit und du hattest kein recht dich einzumischen kammerjäger sind nichts weiter als huren und ich werde dich dafür bezahlen mein planeten zu verlassen kommt zur villa jacobs damit wir über den preis hat uns einfach als huren beschimpft er ich raste aus statement nicht eher so situationen mäßig so ist junglich das gender bitte okay kammerjäger du bist einfach großartig du hast es geschafft jetzt stehe ich echt in deiner schuld kammerjäger meine schwester hat dich kontaktiert nicht wahr ja aurelia wollte mich bezahlen jeden sechs zu verlassen diese verdammte harpje alles was dir aurelia mit einer hand reicht soll dich nur vom messer in der anderen hand ablenken sobald du diese villa betrittst wird sie versuchen dich zu töten und genau deswegen gehen wir winnie kammerjäger wir stehen in deiner schuld seit du alistair aus den fängen der fanatiker gerettet hast und ein jacobs steht zu seinem wort ich besorge dir den kammer schlüssel aber das bedeutet dass wir gemeinsam in den bau dieser harpje gehen der schlüssel befindet sich seit generationen im besitz meiner familie aber sein versteck ist ein geheimnis das mein vater mit ins grabnamen nimm aurelias einladung an und beschäftige sie während ich die villa nach dem schlüssel durchsuche ja wohl als glücksbringer in diesen dunklen seiten was ist denn er ich liebe den geruch von sägemehl am morgen Junge es gibt nichts besseres was ist denn das das ist die mode hier auf dem planeten hallo 2 1 2 ja das herz eines bandit sie nimmt sie mehr was sie wert sie glaubt nur an sie selbst hätte sie tyrenes karisma und freuds verschlagen hätte sie schon längst einen eigenen kult gegründet Lull. Juge! Ey, wir können doch die Sequenz nicht unterbrechen. Alter, kann ja mal sein Maul. Nein, muss ich nicht. Ey, muss ich mich ansprechen hier. Ey, ich hoffe, dass... Alter, ich hoffe, das ist deine neue Arbeitskleidung. Ey, Junge. Nochmal! Er macht dich richtig fertig. Cool. Geile Ausrede. Bleib dabei. Bleib dabei. Und er hat schön Corona-Cosplay-Ala. Ich muss irgendwann mal wieder was arbeiten. Nee. Digga, brö. Was ist hier mit den Leuten? Alter, oh, hier. Redneck. Hier kommt keiner klar. Ich muss das erst mal verkaufen hier. Und dann können wir auf jeden Fall weitermachen. Hat die die Flasche mit Xen drauf? Nee. Oh, schade, Alter. Das wäre richtig gut gewesen. Richtig gutes Cosplay. So, ich habe gut Cashflow gemacht. Wenn du hier irgendwie... Arme Leute besearcht. Ja, hallo. Muss ja auch mal sein. Ja, ihr müsst da dringend raus, Junge. Das war zu viel gerade. Sie erzählen schön ihre Geschichte. Haben nicht geknutscht. Und dann kommt noch die Schwester. Und... Oh, nee. Locklich. Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Gut. Wo waren wir jetzt hin? Moment. Zeitmissionen noch oder die oder... Wir können gerne die Nebenmissionen noch machen. Okay. Oder die, äh... Ja, die Hauptmissionen. Wir haben zwei Sachen zu ausweiten. Würde ich sagen, jetzt erstmal Nebenmissionen. Alles klar. Bei Höhle der Harpie dauert bestimmt auch ein bisschen. So, dazu müssen wir... Einmal da hinten rüber laufen. Da rüber. Da rüber. Äh... Ja. Ist egal. Dann laufen wir hier. Egal. No. Wir müssen einmal im Kreis laufen. Oder wir springen komplett runter. Wir können ja auch runterjumpern, oder? Ist das auch der Weg, wo wir hin müssen? Moment. Ich kontrolliere kurz. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Rinder. Wuuu. Tod. Ey, der hat einfach überlebt. Ich habe jetzt auch mit gerechnet, dass das vielleicht... Was? Leicht eine Todeszone ist. Aber alles ist cool. Das war durchgeplant. Taktisch, du, was ist das hier für ein Warnzeichen eigentlich? Vorsicht, Leute mit schwebenden Waffen, Junge. Gefährlich. Gefährlich. Mit den Psychos, die wir zu tun haben, die lassen auch einige schweben. Okay, ja. Bist du Mewtwo-Style? Das kann schon belastend sein. Guck mal hier diese Zähne da an, oder diese... Deswegen glaube ich auch gerade drauf. Haben wir den Dino-Platt gemacht eigentlich? Nee, ne? Nein, war das nicht der, der uns, den wir getroffen haben? Ja, aber unten war ja dann noch einer, ne? Ein Wilder. Der oben war ja in der Garage drin, oder so. Müssen wir uns hier links halten. Sehr. Sehr, sehr seltsam. Ich glaube, auf diesem Planeten werden wir noch mehr Dinos finden als nur den. Nach wie vor cool. Ja, das finde ich auch cool. Ich finde alles sehr cool. Sehr cool. So. Hüpe, Hüpe. Stehst du? Ich glaube, wir hätten uns ein Fahrzeug holen sollen. Ja, okay. Hier ist ein Catch-a-Ride. Guck mal. Man muss sich's nur lange genug wünschen. Dann funktioniert das auch. Fahrzeug-Respon. Jetzt können wir irgendwo rüber jumpen, oder was? Ich wollte hier... Ach ja, aha. Müssen wir darüber? Au. Au. Schnelland. Komm mit mir. Soll ich einfach runterspringen, Juge, die ganze Zeit? Wollen wir irgendwelche Rampen? Juge, spring doch da runter. Ah! Spring du doch, Allah! Nee, wo kommen wir denn jetzt hin? Waren wir hier schon? Das ist doch ganz der Anfang, oder? Toll, dann wird mir das richtig falsch angezeigt, oder was? Ja, aber hier müssen wir mit ihm reden. Mit dem Boy. Was hab ich denn jetzt gemacht, hier? Moment. Wie steig ich denn aus, hier? E. Komplett voll. Ja, ich hab wieder die Tasten wie bei WUG gedrückt. Wie steig ich denn aus dem Autohaus? Unser Planet mag nicht viel hermachen, aber Eden 6 wird von Jacobs verwaltet. Und Jacobs ist nicht wie die anderen Konzerne. Es ist eine Familie. Wir arbeiten und sie verhindern, dass wir draufgehen. Jacobs existiert seit 300 Jahren. Wir dürfen den alten Baum jetzt nicht absägen. Die Lage mag vielleicht brenzlig für uns sein, aber die Sumpfbewohner sind stark und wir lassen uns nicht einfach so überfallen. Ich werde nie vergessen, was du für Coop getan hast, Kammerjäger. Ach, und weil du auf Eden 6 bist, kannst du auch gleich diese Jacobs hier nehmen. Yeah! Ja, Wollo! Wir mussten nur die Quest abgeben, nice. Das war die Quest nochmal. Ja. Ja, in der Tat. Wir haben doch letztes Mal mit der... Das kriegst du besser hin als ich. Ich würde das nie wieder zusammenkriegen. Ja, ja, wir haben halt letztes Mal mit der Thuse für ihren Vater und für das Auto und so. Ja, aber das war ja einständig. So, und da... Ach, wir haben Fahrzeuge zerstört. Wir haben ganz am Anfang nebenbei Fahrzeuge zerstört auf dem Weg dahin. Oh, das kann sein, ja. Das war die Startquestion mit ihm. Ja, wir haben Rache geübt, Junge. Okay, warte mal, warte mal, bevor wir jetzt hier nochmal 500 Jahre fahren. Äh, wo müssen wir hin? Naja, wir müssen, glaube ich, 500 Jahre fahren. Ja, keep rollin', rollin', rollin'. Ja, wir müssen da lang. Sie sehen mich rollen. Alter, ey, nein. Ich komme dir da gleich bei, Junge. Oha, komm mal bei. Komm mal bei, die Oma, mein Sohn. Ich fahre jetzt hier einfach auf dieses, äh, oah, Rauten-Dings zu. Oh shit. Oh, ah. Nice eingeparkt, Mann. Ja. Ich glaube, wir gehen zu Fuß weiter, oder? Cool aus, wir müssen anscheinend. Oder hier runter, oder? Das wirkt auch nicht so gesund. Ey, hier werden bestimmt so über den so viele, ähm, Waffenkisten versteckt sein, oder? Jo, eine, lol. Jetzt kommen wir hier nicht weiter? Moment, hä? Musst du auch weitergehen, hier kaputt schießen oder so? Naja, auch nicht. Hä? Oder müssen wir echt runter? Ja, da ist ja auch ein Pfeil nach unten. Ich hüpfe da jetzt hin. Ja. Ja, einfach mal hin. Juhu. Hier ist nämlich eine Leiter dann. Zum Glück achtest du auf die Umgebung, ist okay. Ja, Mann. So, und jetzt? No more sleep. Show him how much you care, kill yourself. Ja, dann. Das ist eine Suizid-Klappe. Junge. Okay. Wo führst du mich hin? Besser. Alter. Ja, man muss auch mal sein innerstes Kind lernen. Aber wir könnten hier ganz runterspringen. Und... Müssen wir auf der Plattform landen? Scheiße, haben wir es beide verkackt? Bist du auf der Plattform gelandet? Nicht wirklich, glaube ich. Ja, ich überhaupt nicht. Ja, aber du sollst, glaube ich, wenn du hier runterspringst, das ist ja hier dann, sollst es ja genau hier landen, wenn man überhaupt... Ich bin verwirrt. Ja, ich auch im Moment. Aber wir werden unseren Weg finden. Ja, Mann. Wer keinen Weg findet, der macht sich eben einen. So sieht es aus. Ja, wirst du gleich so. Oh, da sind noch Gegner unten. Oh, nee. Okay, alles cool. Just a prank. I'm just a dreamer. Ist deine Meinung zu Ozzy Osbourne? Der hat eine Fledermaus, so einen Kopf, abgebissen, oder? Ja, aber er dachte, die war aus Gummi, darum ist es okay. Achso, dann ist es okay. Das ist auch okay. Wo müssen wir lang, Alter? So, du hast mal ein ganzes Dorf weggebombt, weil du dachtest, die Leute sind nur aus Gummi, also... Ja, also dann ist es auch okay, oder? Ja, das ist schon eine Verwechslung. Das kann immer und jedem mal passieren. Das ist okay. California. Was? Alter, was ist das für ein Ding? Ja, ein Käfig irgendwie, ja genau, das kannst du durch. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Hast du das gesehen? Was? Das ist ja gar nicht mein Affe. Ja, hier ist irgendein Cowboy. Keep out. Alter, das ist nicht schön. Ich komme mit dem System hier gerade nicht klar, auf welcher Ebene ich sein muss. Alter, da unten ist schon wieder wärmt mit dem Rad. Und wo ist denn mein... Was macht denn mein Affe? Mein Affe hat irgendwas cooles gefunden. Oh, jetzt kann ich endlich mal gucken gehen. Wie viele Kommentare ich bekommen habe von wegen, check mal, wo dein Affe ist. Und wenn er von alleine vorrennt, dann ist er der heftigste Loot. Oder in diesem Fall 7000 Gegner. Okay. Ey, ich weiß, wo wir, glaube ich, hin müssen. Wir sind von der falschen Seite hingefahren. Ey, ne. Ja. Klassisch. Das können wir ja gleich in der Pause zwischen den Folgen... Das können wir auch so machen. Wenn wir hier alles geteckt haben. Ja, neuer Warte, der ist gut, 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 gut. Alter, auch nachladen schon. Oh, hi. Wer ist er denn? Und wir kuscheln, Alter. Boah, was für ein Smash. Bist du der fucking Hulk, oder was, Junge? Was hat der Hulk Hogan, Alter? Ja, real American, Joder. Das Auge, Sicht. Hier ist nämlich ein cooler Schrank. Und da ist Müll drin. Nice. Ja, aber hier. Auch Müll drin. Wo hier? Das muss doch aufgeschossen werden können, oder? Oh, fuck, 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 fuck. Der Ram Taurus, Alter. Hat der gerade was geschließen? Hat der Waffen drauf? Was ist das denn gewesen? Okay. Ab in den Kampf. Heftig. Der Ram Taurus, Junge. Okay. Warum nicht? Ja, immerher damit, ne? Gut, das war auf jeden Fall das, was mein Affe gefunden hat. Ob das jetzt nice war oder nicht, das weiß nur... Wir haben den Ram Taurus gefunden, Alter. Ja, das stimmt. Der Ram Taurus ist schon... Also, früher fand ich ihn cooler. Ich denke, er hat sich schon verändert auch mit der Zeit. Das sagen wirklich alle. Guck mal, sein mächtiger Stachel bewährt doch Schwanz, Alter. Junge. Was du wieder achtest. Ja, das ist mir wichtig. Kommen wir da irgendwie hoch? Vielleicht ist da noch eine Waffenkiste? Das sieht echt verdächtig aus. Jetzt müsste man da mal hochgehen. Das ist echt so. Versuch erst mal auf das kleinere Häuschen zu kommen. Was echt funktioniert hat. Aber ich sehe darauf überhaupt gar nichts. Ich sehe da nur Leute rumkriegen. Scheiße, ich bin runtergefallen. Äh, ich komm wieder runter. Ja, dann musst du jetzt wohl sterben. Nein. Ich bin unten. Ich bin unten. Ja, okay, vorne. Das war der Ram Taurus. Wir suchen dann jetzt den Weg zur Quest offscreen und sehen uns dann in der Nähe der Quest im nächsten Part. Hoffentlich. Geil. Munter wieder mit mehr Affen und mehr Dinos in exklusiven Käfigen und stattligen Schwänzen. Ehre. Nice. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.